Hallo Leute Freunde, willkommen zurück bei einer weiteren Runde. T-T-T-Träter, Terrorist, Himmel, tschau'n und so. Das war Jesus. Das war Jesus. Jesus. Erinnert mich immer an Yannick. Ja, ich, okay, ich geb's zu. Ich bin Inno. Das ist Traitor. Ich geb's zu. Verdammt, er hat's rausgefunden. Oh nein, sie hat's rausgefunden, dass ich nicht Traitor bin. Lauft. Jesus, es wird geschossen. Jesus. Jesus. Also wenn du die Ex-Susions-Fesser überall meinst du sie nicht. Ey, kommt jemand zum Traitor-Tester und testet mich. Also ähm, die T-T-T-Tester. Ich hab ihn nicht getötet. Untersuch, untersuch die Leiche. Untersuch die Leiche. Die wurde nicht durch die Shotgun. Das war nicht durch die Shotgun. Das war nicht durch die Shotgun. Also, ich hab nix gemacht. Ey, Sascha, komm mal bitte runter in den, ähm, äh, in den Traitor-Tester. Okay. Wo ist der Traitor-Tester? Unten. Oh, what the fuck, was passiert? Oh, selber schuld. Was war das? Oh, dass alle gestorben sind. Was ist passiert? Ich war ja die Scheiße. Sascha, ich brauch nicht hier sein. Hä, hier ist sie mal tot? Was wurde hier zugemacht? Sasa, Sasa, teste mich. Teste mich. Ich teste dich. Lass mich nicht, lass mich nicht, lass mich nicht, lass mich nicht. Alter. Junge, red nicht. Was war das? Genau, das Licht ist inno. Geh mir weg. Allein. Komm, ruhig, sitz hier. Alter, du musst mich testen. Lass mich nicht alleine mit K... Das war mir so klein und kleiner. Fuck. Au. Ey, ist mein C4 hoch? Wieso wurde ich durch die Welt getötet? Hier findet der Erste dran. Vielleicht durch mein C4 oder durch die Explosion da, die da im Pool kam? Explosion was? Da kam ne Rakete im Pool. Boah, ich bin so schlecht. Immer wenn ich aufnehme, bin ich schlecht. Ich hab mir eine Rakete in meinen Arsch, okay? Ja, Frost und Playlag wurden durch die Orbiter zerstört, Alter. Ja, da freust du dich doch drüber. Sit, Hapitz! Ich kann nix dafür, wenn ich auf dich lande. Du musst doch voll... Freust dich immer. Weißt du was? Ich mach uns doch mal zusammen einen Traitor zum Abschluss. Du musst es doch ansagen, dass du da unten schließt. Ey, wie der eine einfach auf mich drauf springen. Tut mir leid. Es tut mir leid, Mann. Ja, weiß nicht. Ich hab grad... Nein, ist ja nicht schlimm. Ich hab grad hochgeguckt. Guckst du, wer da alles so ist? Und plötzlich... Ich will auch ne Waffeln. Ich will auch ne Waffeln. Ich will auch ne Waffeln. Wir sind zusammen Traitor. Das ist ein Körper. Oh ne. Tschüss, Sir. Mach auf, bitte. Pass aufmachen. Aktivier mal den Orbitalschlag. Wollen wir schwimmen gehen? Wir können schwimmen gehen. Danke für heute, Kollege. Ich hätte auch... Hier hat's vier Kinder gekillt mit dem Orbitalschlag. Kann man das mehrmals benutzen? Okay, der schießt nicht auf... Alter, ich bin einfach fast gestorben. LOL. Ja, fahren. 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 Nee, der bringt ihr raus. Fahren. Was ist? Was passiert das eigentlich? Habt ihr ja schon? Nee, was bringt das? Was bringt das? Was bringt das? Was das bringt? Keine Ahnung. Harry, so sollte ich jetzt sein. Ich hab keinen Plan, was das bringt. Harry, so bin ich jetzt. Ja, 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 ja. Kann man den Orbitalschlag mehrmals benutzen, Justin? Ja, kann man. Geil. Wie kann man denn gleich wieder die Tür öffnen? Wollen wir mal alle auf die Toilette gehen? Ja, das dauert so ein paar Minuten. Ja, aber trotzdem, wenn ein paar drin sind, das ist doch geil. Wir können uns hier rausbauen. Das braucht ein bisschen. Ich lege ein bisschen C4. Nein, lass mal. Arm C4. Nein, lass mal. Arm C4. Arm C4. Nein, lass einen am Leben. Nein, nein, bin ich nicht. Hey, Detlef. Hey, Detlef. Hey, Detlef. Du bist am Arsch. Hihi. Lol. Boah, Sascha. Ahhhh. Ich muss nachladen. Moan. Ich hab da C4 gelegt. Es ist hochgegangen. Das C4 geht hoch in 1. Moan. Das wäre cool, wenn man in den Traitor-Raum mit einer AK reinschießen könnte. Aber nur mit Traitor-Raum in den Raum reinschießen. Was bringt das? Weiß nicht. Gar nix. Rausschießen wäre besser. Wenn irgendein Inno irgendwie in den Traitor-Raum kommt, dass er dann abgeschafft werden kann. Du hast mir einfach viel klaut. Was? Psycho. Das ist nicht wirklich. Wenn irgendein Inno irgendwie in den Traitor-Raum kommt, dass er dann abgeschafft werden kann. Psycho. Psycho. Prost. 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 Zehn Countdown. Zehn Countdown. Zehn Countdown. Ich geh dem hatten. Geh raus. Geh raus. Ich kann nicht. Ringe dicht steht. Und Sascha! Alter, ge... Lass mich jetzt durch. Sie schon. Ich versteh mich. Verstehe ich mich? Du es musst eine der Lentsch summare der Runes. Warte ihr bitte nicht gleich raus-lässt, Alter. Ich sag dafür, dass hier niemand reinkommt. Hi. Hi. Hallo Detlef, hallo Detlef, hallo Detlef. Hi. 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 Alter Psycho. Geh dir raus. Läuft. Lass mich doch mal leiden. Geh weg, ringe Ding. Aus Gott hab ich geschossen. Ringe Ding, geh weg. Lalalalalalalalala. Lul. Okay, das ist gut. Wie viele ich gekillt hab mit der einen Bombe. Wie kann man das Licht ausmachen? Oh nein, das Licht! Ich dachte, das wäre das Licht. Wenn man ins Filterraum geht, dann unten in diesen... In dem anderen? Ja, in den anderen Raum, in den kleinen Raum. Ich bin gerade unten gewesen, aber da, wo das Licht ausgegangen ist. Ja, da bist du Filter. Ach so, das ist der Detective. Jetzt müsste er mich wiederbeleben, und ich spreng mich wieder in die Luft. Psycho, fließt noch mal. Ach, Mann. Warte. Oh, was nehmen wir denn? Skr-Island! 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 Los, alle nach oben links! Skr-Island! Nach oben links! Klingt auf oben links, Skr-Island! 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 Skr-Island B1! Oben links! Einer ist es unten rechts! Oh! Ich muss pissen! Du auch! Weiß was, wir machen einfach ne kurze Pause. Boah, ich will gar nicht wissen, wie viel ich dann nachher auf dem PC hab. Ja, gut, dass ich ne, äh, ja, 1TB Festplatte habe noch zusätzlich. Hey, das ist ja gut. Aber so viel kann ich gar nicht bis heute Abend rendern. Stimmt nicht, ne. Und wahrscheinlich werden die Folgen wieder 1GB groß. Ich zock einfach noch ne, Hunde. Soll ich gerade ne DTS-IP aufreißen? Was ist? Oh, fick dich ins Knie. Ne, danke. Hab ich schon. Ich hab ne Frage. Was? Wie wird man zum VIP? Spenden. Spenden, oh. Ja. Beliebiger Betrag. Wir brauchen nämlich Spenden, damit der Server verbessert wird. Auf dem Müsse nahmen. Ja, danke. Wenn ihr irgendeine Datei, irgendwas nicht habt, irgendwas nicht richtig Pickler ausgefüllt sind, dann ist ja rosa-schwarz, gell? Ja, in der Steam-Gruppe ist ein Link, da könnt ihr euch das runterladen. Oder ihr, oder, ja, ihr könnt, fragt Psycho, der schickt euch den Link. Ihr wisst jetzt alle, was ich machen werde. Hast du's eigentlich schon hochgeladen, die Dateien? Alles RdM? Nein. Wie soll ich, wie soll ich denn hochladen? Na, bei Mediafire oder sowas. Hey, Killgas! Was ist das? Äh, ne. Warte mal. Kann ich aber, kann ich machen. Jetzt. Eine Wunschutzwaffe? Nein. Ich hab ein Radio. Okay, ähm. Ein Dildo. Ein Dildo. Nein. Guck mal, das Radio. Komm mal zu dem Einsturzhaus. Spider-Man. Oh, Spider-Man-Gang. Ey. In der, in der Bums. Ding, Bums. Komm mal bitte zum Einsturzhaus. What? What? Ring-Ding ist auch, Ring-Ding ist auch. 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 Aua, der Ring-Ding hat auf mich geschossen. Also, selbst auf jeden Fall. Ring-Ding, also sollen wir jetzt Ring-Ding töten? Gott sei Dank, ja. Also, Ring-Ding, Ring-Ding hau es. Okay, wo ist der? Psycho, Psycho, schieß, Psycho. Hä, ich schieß gar nicht. Ich schieß gar nicht. Ich schieß. Nein, 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 ich verrecke, ich verrecke, ich verrecke. Alter, 50 HP. Auf mich wird geschossen. Okay, bei Psycho, bei Psycho. Shit, warte, nein, warte. Shit hat doch ganz nett geschossen. Ich hab noch volles Magazin. Du hast grad auf ihn geschossen. Ich hab volles Magazin. Hey, Junge, ich hab volles Magazin. Ich stand neben dir, Junge. Fick dich jetzt. Überprüfen. Psycho! Boah, Junge. Tja, dann sag ich mal, äh, ja, bis zur nächsten Folge. Ja, cool. Also wer ist jetzt Traitor? Also, ich sag noch, ihr könnt Psycho zugucken, bisschen, und ich geh da mal Pipi machen. Bei einem Nadiegel. Äh, ja, guckt einfach weiter zu schnell. Bis gleich. Hey, Junge, Junge. Hey, Junge. Ringedinger ist es doch. Siehst du? Ringedinger hat mich geschossen. Okay, Ringedinger. Hä, aber ich habe noch Ringedinger auf mich geschossen. Ich stand einfach nur im Sniperturm. Und hatte eine Schrotflinte in der Hand. Ehrlich. Und der schießt einfach auf mich. Nee, doch. Du warst doch der Einzige da. Ringedinger, du warst der Einzige da. Du bist wieder der Letzte. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Durch daughters. Uhh. Zurück weg. Und da.